So, da wären wir wieder. Wir docken mal ganz schnell ab, damit unsere Superfrachter jetzt auch die Gelegenheit hat, seine Energiezellen zu kaufen. Da ist er ja noch auf dem Weg hin, richtig. Ja, er ist Heimat des Lichts, das wird noch ewig dauern. Also machen wir uns einfach mal auf Richtung... Ich wollte ja eigentlich zuerst zu den Buronen, aber na gut. Da wir gerade hier unten sind. Suche ich mal das Westdor. Wo ist Westen? Wenn da Norden ist, müsste doch da Westen sein. Genau. Zack. Da fliegen wir wieder hin. Da ist ja auch unser eine Energietransporter auf dem Weg. Oh, was kommt jetzt? Ja, da waren die Preise nicht so gut. Er konnte nicht kaufen. Ja, die sind viel zu teuer, das ist richtig. Nicht gegen irgendwas gegendonnern. Ich mach mal kurz den Autopiloten an. So, du Kommandokonsole kaufst bitte wieder Siliziumscheiben in einem Radius von 6. So, sonst irgendjemand noch Befehle? Nö. Sinsa an. Also ja, unser Energietransporter ist ja auch auf dem Weg dahin. Zur Satellitenfertigungsfabrik. Eventuell sind aber noch ein, zwei Satelliten fertig geworden, bevor das Energielager leer geworden ist. Müssen wir gleich mal gucken. Denn ich würde natürlich auch ganz gerne die Sektoren, die wir jetzt erforschen, auch gleich im Satelliten versehen. So, Satellitenfertigung. Vier Stück. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass der Autopilot uns nicht irgendwo gegendonnert. Aber es sieht soweit gut aus. Eventuell soll ich mir mit der Zeit auch ein etwas stabileres Schiff zum Aufklären besorgen. Aber dazu brauchen wir erstmal jede Menge Credits und die haben wir einfach nicht. So. Die kommen mit. Der letzte passt gar nicht mehr. Ah, okay, aber fünf Stück reichen auch erstmal. Wir müssen jetzt nach Süden. Süden ist da. Also das südliche Sprungtor. Wirklich von Süden kann man ja nicht unbedingt sprechen. Ist ja immer in Relation zu irgendwas. Und woran orientiert man sich im All? Ähm, ja. Ist schon ein Problem. Also dadurch unser erster Paranidensektor. Dann kann ich auch gleich einfach mal den Wiki-Eintrag zu denen vorlesen. Also wir haben ja unser spielinternes Wiki, das sich immer automatisch erweitert, sobald man neue Sachen entdeckt. Ist ganz interessant. Jetzt müssten wir gleich einen neuen Eintrag in unserem Logbuch bekommen. Wir haben einen Paranidensektor entdeckt. Unser Logbuch war mein Nachrichten-Logbuch. Logbuch einsehen. Paranidengebiet gefunden. Um 18.57 Uhr. Ähm, naja, Spielzeit. Na gut. Also am frühen Abend haben wir einen Paranidensektor entdeckt. Und wie ihr sehen könnt, jede Menge Asteroiden. All diese großen Brocken hier, die auch einen richtigen eigenen Rahmen haben, die kann man auch scannen und da kann man eine Mine raufsetzen. Diese kleineren, die kann man zerschießen und dann manuell einsammeln. Aber das habe ich ja schon mal erzählt, mache ich eigentlich nie. Asteroid. Obwohl, bist du überhaupt groß genug für eine Mine? Nee. Da habe ich Unsinn erzählt. Nur die richtig großen hier, die auf der Karte auftauchen. Asteroid. Die könnte man scannen. Wie den da hinten zum Beispiel. Das heißt, diesen riesigen Brocken hier könnte man zerschießen in wahrscheinlich drei, vier kleinere und die kleinere Brocken wieder zerschießen und wieder zerschießen und wieder zerschießen. Und dann kommt da richtig viel Erzbein rum. Aber es ist trotzdem jede Menge Mühe, die ich mir nicht machen will. So, wir bewegen uns mal in die Mitte des Sektors. Folgen wir einfach dieser kleinen Autobahn hier. Ja, der Sektor scheint ein wenig größer zu sein. Also werden wir auf keinen Fall mit ein, zwei Satelliten abdecken können. Das heißt, wir positionieren erstmal nur einen Satelliten, damit wir hier überhaupt die Preise nachgucken können. Und um die Preise nachgucken zu können, müssen wir auch erstmal alle Stationen entdecken. Das heißt, ich fliege jetzt wüst hier einfach zickzack hin und her und hoffe mal, dass die Stationen alle ungefähr in derselben Ebene liegen. Weil wenn die irgendwie hier unten sind, dann kann ich direkt drüber fliegen und sehe sie halt nicht. Aber das passt schon. So. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier jetzt schon fünf Erzminen. Wie sind die Preise? Voll. Perfekt. Voll. Perfekt. Oh. Alle bis zum Rand voll. Hier werden wir sowas von gut einkaufen können. Das ist doch mal schön. So. Autopilot deaktiviert. Ich würde gerne ungefähr... Ah, da ist ein neues Tor. Sehr schön. Fliegen wir mal dahin. Vielleicht ist da oben noch irgendwas. Aber ja. Eventuell sollten wir noch einen zweiten halbautomatischen Erztransporter kaufen. Und den immer hier einkaufen lassen und irgendwo im Paranidensektor verkaufen lassen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Denn eigentlich wollte ich mit der Zeit ja auf diese Sektoren-Universumshändler permanent umsteigen. Weil ich einfach nicht mehr den Nerv habe, immer wieder hier auf R zu klicken und denen neue Befehle zu geben. Weil hier sind jetzt schon wieder Leute, die nichts zu tun haben. Oh, unser Superfrachter ist dabei. Abbremsen. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. So. Superfrachter. Wir hatten ihm den Auftrag gegeben, dass er immer mindestens 500 Energiezellen in seinem Frachtraum haben soll. Die nimmt er mit, sobald er mal an ein Sonnenkraftwerk andockt oder an einer unserer Stationen. Das überprüfen wir einfach mal. Fracht. Und er hat es wirklich gekauft. Sehr schön. Das heißt, wir geben ihm jetzt dem Auftrag, Kommando. Kommando-Konsole. Navigation. Und zwar Springe zu Sektoren. Ganz da oben hin. Und hier seht ihr, er braucht für den Sprung 50 Energiezellen. Er hat zur Verfügung 500. Also reicht völlig aus. Klicken wir drauf. Jetzt müssen wir noch auswählen, welches Sprungtor er benutzen soll. Denn, wie am Anfang erwähnt, man kann sich nicht einfach irgendwo mitten rein teleportieren. Immer nur direkt zu den Sprungtören. Ist jetzt eigentlich ziemlich egal, weil er eh eine ganze Weile hierbleiben wird. Aber wir nehmen einfach mal das östliche. Das geht jetzt auch relativ schnell. Also es dauert nur 10 Sekunden oder so, bis der Sprungantrieb aktiv ist. Also er muss 10 Minuten lang Beschuss aushalten, falls er mal angegriffen wird, bevor man wegkommt. Das heißt, ich mache ganz kurz den Zahn und schwupp, ist er im Energiezirkulum. Hier können wir jetzt den Sektorhändler starten. Gehen wir wieder auf Handel, Sektorhandel, Energiezirkulum. Und gucken mal, ob er gleich loslegt. Kaufe Ware zum besten Preis. Das klingt schon mal gut. Energiezellen. Da steht jetzt, was er vorhat einzukaufen. Und wie viel er bereits im Hangar hat. Also er hat jetzt seine 450, die er auf Vorrat eh haben wollte. Geht jetzt aber los und kauft noch mehr neue. Warum habe ich jetzt ein Paraniden in den Ziel genommen? Das wollte ich gar nicht. Fliegen wir einfach mal Richtung D-Mond da hinten. Da werden wir zwar nie im Leben ankommen, aber wenigstens kommen da keine Schiffe im Weg. So. Zurück zu unseren Besitztümern. Wir haben noch unseren Siliziumtransporter. Handel, Verkauf zum besten Preis. Der Siliziumscheiben 6. So. Und unseren Erztransporter. Der ist auch bis oben hin voll. Das kann alles verkauft werden. So kommt wenigstens zwischendurch ein bisschen Geld rein. Denn unser Sektorhändler wird am Anfang nicht ganz so viel Profit bringen. Aber das ist ja auch primär jetzt erstmal hier im Energiezirkulum, dass er seine Trainingseinheiten bekommt. Wir können überprüfen, welche Stufe er gerade hat. Indem wir einfach raufklicken und Info drücken. Der steht hier oben, Stufe 1. Und sein Titel ist Hilfskurier. Und er heißt Ben Collard. Ist jetzt nicht so interessant, aber kann man so wenigstens ein bisschen auseinanderhalten. Sein momentaner Auftrag ist, kaufe Energiezellen im Sonnenkraftwerk M-Alpha. Und er hat 5.000, also 5.800 Ladungen hat er. Das heißt, er wird jetzt 5.000 Energiezellen kaufen und irgendwo wieder verkaufen. Gut, den können wir erstmal ignorieren. So. Ich wollte eigentlich hier nach weiteren Minen gucken. Oh ja, jede Menge Geräusche. Wir fliegen einfach mal blind in die Richtung da mit Sintzer an. Und gucken, ob wir hier irgendwo auf einem großen Asteroiden noch eine Mine funkeln sehen. Ah, ich sollte mir vielleicht doch die Vergrößerungssoftware kaufen. Oder habe ich die schon? Digitales Sichtverbesserungssystem. Nicht installiert. Ne, habe ich nicht. Damit könnte man näher ranzoomen mit Alt. Und das kostet auch nicht viel. Also im nächsten Ausrüstungs-Doc soll ich mir das mal zulegen. So, dann fliegen wir jetzt mal. Ach was, wir werfen hier gleich einen ab. Drücken wir F, Navigationssatellit, Auswurf, ein. Jupp. Den könnten wir auch jederzeit wieder einsammeln, indem wir einfach direkt rüberfliegen. So einfach ist das. Auch wenn man meistens nicht wirklich in Grund hat, sie neu einzusammeln. Aber man weiß ja nie, manche Leute, so wie ich zum Beispiel, haben ja auch diesen Sauberkeits-Tick. Dass sie dann, wenn sie später auf die erweiterten Satelliten umsteigen, erstmal alle normalen Satelliten wieder einfangen. Muss halt jeder für sich entscheiden. Wir schmeißen den auf jeden Fall wieder raus. Das wollte ich nur kurz zeigen, wie das geht. Zack. Und dieser Sektor hat nur einen Ausgang. Das ist der östliche. Und der führt in das absolute Hoheitgebiet der Paraniden. Also, Paranid Prime ist halt vergleichbar mit Argon Prime. Das ist deren Heimat. Das heißt, es kann gut sein, dass wir da gleich wieder rausgeschmissen werden. Weil wir halt noch keine so guten, so keine gute Verbindung zu denen haben. Und wir nicht so viel ansehen. Aber schauen wir einfach mal. Wir dürften eigentlich eine Warnung bekommen und dann eine Minute Zeit haben, wieder zurückzufliegen. So, drücken wir mal die Daumen. Und. Bisher wurden wir noch nicht angemotzt. So weit, so gut. Jede Menge Stationen. Aber ihr seht schon, Autopilot Docke an ist hier nicht verfügbar. Das heißt, wir dürfen gar nicht an deren Stationen andocken. Das ist ein wenig ärgerlich. Das bedeutet nämlich auch, dass wir hier keinen Handel betreiben können. Weil wir keine Waren loswerden können. Und dementsprechend können wir auch hier in diesem Sektor kein Ansehen sammeln. Weil wir halt keinen Handel treiben können. Also wir könnten eigentlich hier irgendwelche Piraten töten. Wenn immer welche da sind. Und dadurch Ansehen bekommen. Aber wir sind ja Pazifisten. Also bringt es uns nichts. Das heißt. Ach komm, wir fliegen einmal hier durch und gucken, was dahinter noch ist. Was wir da machen können, ist, wir können einen unserer Erztransporter hier hinschicken. Und da das ganze Erz aufkaufen lassen. Also peu à peu aufkaufen lassen. Weil allein durch das Aufkaufen bekommen wir ja schon Ansehen. Ich gucke mal ganz kurz auf meinen Pilotenstatus. So, wir sind Paraniden. Wir sind unheiliger Nomade. Äh, ja. Unheilig sind halt fast alle, die nicht Paraniden sind. Die sind da ein wenig fanatisch, was die Religion angeht. Aber gut, jedem das seine. Gucken wir mal, was hier für Stationen sind. Ähnlich wie in Argon Prime, sehr viele Waffenfabriken. Was für uns eigentlich sehr interessant wäre. Aber das können wir halt erst später machen. Oh, schwere Waffen. Sehr schön. Brauch Erz und würde es sogar zu einem guten Preis kaufen. Aber auch da dürfen wir nicht docken. Schade, schade. Hier haben wir noch eine Schiffsfabrik. Hier könnten wir sogar Paraniden-Stationen kaufen. Die dann auch andere Ressourcen brauchen als die der Argonen. Also primär anderes Essen. Aber wenn wir noch nicht mal docken können, dürfen wir auch garantiert keine Stationen von denen kaufen. So, das Süd-Tor haben wir schon mal freigeschaltet. Gibt es ein Ost-Tor? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Sehe ich aber gerade nicht. Gucken wir mal auf die Karte. Und folgen einfach dem Flugverkehr. Da oben vielleicht. Und hier schmeißen wir schon mal einen Satelliten ab. Damit wir später die Preise hier überprüfen können. Klick. Und hat irgendjemand nichts zu tun. Ja, der Energietransporter ist endlich bei den Satelliten angekommen. Dann machen wir manuell Handeln. Energiezellen und alle. Ein paar Mal nach links gedrückt halten. Wir machen zum einen richtig guten Profit, weil seine Lager vollkommen leer sind. Außerdem sorgen wir so dafür, dass weitere Navigationssatelliten hergestellt werden. So, wieder auf R. Du, Kommando, Kommandokonsole, Handel, kaufe zum besten Preis. Kommando akzeptiert. Kommandokonsole. 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 Oh, warte mal. Wir könnten unsere halbautomatischen Käufer nach und nach auch mit Sprungantrieben ausstatten. Wie viel Geld haben wir? 197.000. 179.000. Nee, das machen wir dann lieber doch nicht. Wir sind echt arm dran momentan. Kommando akzeptiert. Das ist ein wenig zu knapp. Ich habe eigentlich immer gerne einen guten Puffer. Aber gut. Oh ja, da ist der... Das nächste Sprungtor. Was sagt die Karte? Ja, Südwest-Nordausgang gibt es keinen, sonst hätten wir den Erstgürtel schon gefunden. Das heißt, wenn wir irgendwann mal Ärger mit den Paraniden bekommen sollten, würden sie immer hier durchkommen. Außer sie springen einfach nur in unsere Sektoren, aber ja. Da wollen wir durch und gucken, ob wir langsamer wieder in Sektoren kommen, die nicht zum Zentrum gehören. Weil ich würde gerne einen Ausrüstungsstock, da würde ich gerne ein wenig unseren Laderäum erweitern. Ich würde gerne neue Navigationssatelliten kaufen, wenn sie denn irgendwo hier im Angebot sind. Die Priesterringe. Also man merkt schon, die Namen sind alle recht religiös angehaucht. Und noch mehr Waffenfabriken. Oh, ich liebe die Paraniden. Aber die anscheinend mich nicht. So, jetzt fliegen wir erstmal eine Weile geradeaus. Und ich gucke mal ganz kurz in der Enzyklopädie. Völker. Paraniden. Die Paraniden sind mit den Split verbündet, obwohl es zahlreiche Meinungsverschiedenheiten gibt. Sie sind außerdem mit den Teladi verbündet, da beide Rassen Mitglieder der Profitgilde sind. Aus diesem Grund gestatten die Paraniden anderen Völkern freien Handeln in ihrem gesamten Territorium. Ähm. Gesamten Handel, wenn man genug Ansehen hat, hm. Wir können ja nicht überall handeln. Aber gut. Allerdings ist der Handel aufgrund der angespannten Beziehung zwischen den Paraniden und den Argonen der einzige Berührungspunkt zwischen den beiden Völkern. Aha. Da ist also der Haken. Die Paraniden leben strikt nach ihren uralten und fremdartigen Riten und Glaubenssätzen, die sich anderen Rassen nicht erschließen. Es ist so gut wie unmöglich, sich mit ihnen zu befreunden oder sie auch nur zu verstehen. Ihre Religion verbietet außerdem, dass Nichtparaniden in einer paranidischen Kolonie siedeln und dort leben. Dieses Gesetz spielt in der Praxis kaum eine Rolle, da nur sehr wenige Außenseiter daran interessiert sind, sich in den Kolonien der Paraniden niederzulassen. Was daran liegt, dass die Paraniden Planeten bevorzugen, die für andere Völker viel zu heiß und feucht sind.